Wir brauchen Geld. Ey, sag mal, kannst du uns mal helfen? Was denn? Findest du? Ja. Wir haben einen Lottoschein gefunden. Oh ja, oh ja, hab ich früher viel gespielt. Findest du dich damit aus? Ja, hab ich früher mal ganz viel gespielt. Aha, okay. War es geworden draus? Ja, 42 Millionen. Und dann hab ich aufgehört. Hab ich mich zurückgezogen, um Platz für die Jüngere zu machen.